Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Forza Motorsport 7. Es geht weiter mit unserem Sportwagen-Cup. Wir sind unterwegs mit dem Mercedes SLK 55 AMG. Ich hoffe, dass das Fahrzeug uns heute gute Dienste erweisen wird. Und zwar in Daytona. Es geht zum Halbfinale und heute geht es um sehr, sehr viele Punkte. Wahrscheinlich mehr als beim letzten Mal. Jawohl, 400 kann man insgesamt holen. Und da ist natürlich die Hoffnung sehr groß, dass man wieder einen Sieg holt. Und, naja, mal schauen. Wenn der Z4 ganz vorne Zweiter wird, dann haben wir insgesamt nur noch 10 Punkte Rückstand. Und das kann man dann noch im letzten Rennen aus eigener Kraft holen. Aber vielleicht können wir da ein bisschen nachhelfen. Wäre ein bisschen gemein, aber mal gucken, wie sich das Rennen entwickelt. Erstmal müssen wir ja nach vorne kommen. Ja, und auch jetzt, wir zocken mit der Xbox One X auf 4K und mit 60 Bildern pro Sekunde. Das ist schön. Das ist so удоб. Oh je, das ist irgendeine Variante. Ah, ich kenne nur die, mit der ein, wo es dann, ich glaube links weitergeht, eine Halblinkskurve. Okay, mitten im Abbremsprozess, alles klar. Okay, wird super eng. Mal gucken, wie wir heute mit dem Auto abschneiden. Ich glaube, ich bin die Variante schon mal gefahren in einem Spiel, was ich zwei oder dreimal ausgetestet habe. Okay, mit Schikane oder ohne? Ich glaube ohne. Bis ich dann gemerkt habe, jedes Mal aufs Neue, dass es einfach nur ein Grindfest ist und mega nervig ist. Nämlich Real Racing 3. Schreckliches Game. Ich weiß, es hat eine riesen Fangemeinde und so, aber... Sorry, das ist überhaupt nicht mit Gran Turismo oder Forza auch nur im Ansatz zu vergleichen. Okay, hat sich scheinbar gelohnt, nicht in den Porsche zu gehen. Okay, hier weiß ich nicht, wo der Bremspunkt ist. Man sieht's, man sieht's, man sieht's, man sieht's. So, okay, gut, ich gebe... Also hier mache ich auch mal ein Rewind. Das ist absolut unsinnig, wenn ich hier jetzt... Also ich kann nicht vorhersehen, wo der Bremspunkt da ist. Sag mal, wo ist der... Leute, wisst ihr das? Bleiben wir aber relativ nah dran, die Leute, beim Abbremsen. Okay, das ist... Es ist ohne, aber jetzt echt die Hölle, die Kurve. Wo bremst ihr? Schaut mal, bis zum Schluss ist der Meterabstand megaklein. Alter, ja klar, ne? Kloppt mich einfach komplett von der Strecke. Ja, Forza 7 leidet halt echt unter einem massiven Problem. Und das ist halt einfach die KI. Ich bin selbst jemand, der hier in dem Game oft die Keule rausholt. Aber auch aus dem einfachen Grund, weil das... Weil die Zielsetzung auch teilweise echt immer wieder ein bisschen doof ist. Also ich sag's mal so, du würdest viel weniger Gewalt aufwenden müssen, wenn du das Starterfeld so hättest, dass es in umgekehrter Meisterschaftsreihenfolge oder so ist. Aktuell ist der Meisterschaftsführende aber Erster. Natürlich musst du dann, um irgendwie mitzuhalten, deinerseits auch super schnell nach vorne kommen. Und natürlich rammst du dann auch mal ein Auto aus dem Weg, wenn's sein muss. Das ist halt nicht durchdacht, leider. Und das ist halt so ein Punkt, wo meiner Meinung nach Forza und auch Gran Turismo, ja, abgesehen von GD Sport, das geht ja jetzt mittlerweile in eine andere Richtung, wo die beiden Reihen so ein bisschen dran kränken. Man müsste nicht so super schnell und flott an allen vorbei, wenn man einfach mehr Zeit hätte. Natürlich fährt man dann auch ein bisschen aggressiver. Das macht halt die KI auch und jetzt hab ich dadurch unter anderem mal fünf Plätze oder so liegen lassen. So, ich möchte wissen, was der Erste für eine Bestzeit hat. Eine 42.5 merke ich mir. Okay, auf geht's. Vielleicht können wir auf der Geraden jetzt oder bei der Vollgaspassage zwei, drei Positionen gut machen. Das wär super. Drei Sekunden haben wir schon im Delta. Komm schon, den Porsche müssen wir auch noch kriegen. Mann, ich hasse diese Kurven. Alter Schwede. Okay, ganz kurz. 43.4 bin ich gefahren jetzt. Okay, ganz vorne stand er jetzt als Bestzeit eine 42.9. Hat er in der ersten Runde abgekürzt? Hat er wohl wieder abgekürzt, liebe KI? Komm schon, das ist wohl der Teil, wo du jetzt richtig glänzen musst, Porsche. Und wenn du schon auf der Geraden wie ein McLaren Honda abschneidest, dann... Also die Grafik inklusive Skybox sieht schon ziemlich geil aus bei Forza. Muss man ja mal sagen. Ey, ich krieg diese erste Kurve immer noch nicht auf die Reihe. Das ist aber auch... So ein Krampf, das mit normalen Autos hier zu machen. Und ich schon mal... So ein Krampf. Oh, dass wir dann kommen. Nein, zu weit rausgekommen. Kein Problem. Wir bleiben immer noch vorne beim Porsche. Ja, wir verlieren leider aber sehr viel Zeit zu der Spitzentruppe. Ey, sorry, aber diese erste Kurve, die kann man mit diesem Auto nicht normal nehmen. Zumindest nicht, wenn du ABS deaktivierst. Ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo ich da wirklich Zeit verliere auf der Strecke. Und wenn ich die erste Kurve meistern würde, dann würde ich hier safe, glaube ich, auch 42er-Zeiten fahren oder noch schneller sogar. Alles klar, schieb mich. Einfach raus. Ist kein Problem. Ja, also eins muss man schon sagen, tatsächlich, also das Spiel hat auf jeden Fall positive Facetten, aber es ist wie Project Cars 2 leider. Es hat gravierende Probleme, die eindeutig verhindern, dass man als Motorsport-Fan an diesem Game Spaß haben kann. Leider. Also das ist halt wirklich so, Forza macht einige Sachen so gravierend falsch, dass ich da nicht sagen kann, ah ja, komm, aber das ist gut, das ist gut, das ist gut. Es hat einige so krasse Schwächen, dass man echt leider sagen muss, ja, sorry, aber es geht nicht in die Richtung, die es gehen sollte. Eine klare KI-Schwäche tut er bei uns. Und wie gesagt, so das Format starte irgendwo im Mittelfeld und werde innerhalb von kurzer Zeit erster. Das hat man natürlich verändert, dadurch, dass man sagt, okay, du kannst jetzt andere Rennlängen auswählen, aber auch bei einem mittellangen Rennen ist es nicht wirklich genug. So, ich sag mal, wenn alle Paces ungefähr ausgeglichen sind, ist es nicht genug. Wie gesagt, ich würde es halt echt ganz geil finden, wenn man die Meisterschaftsstände nehmen würde und sagen würde, okay, wir drehen das Ganze um oder halt ein Qualifying oder ein Training oder irgendwas und dann sagen würde, okay, gut, wir passen es danach an oder darauf ab, wo du dann halt im Qualifying gelandet bist. Wenn du im Qualifying schnellster warst, ja, dann starte halt ganz vorne und dann hast du aber auch keine Probleme in der Meisterschaft vorne zu bleiben. Aber so macht es leider echt vieles falsch, Forza 7, also, ja, weiß nicht. Und es gab natürlich einige Sachen, die auch schon die Vorgänger so gemacht haben und trotzdem haben sie noch teilweise Spaß gemacht. Also, Forza 3 zum Beispiel habe ich sehr, sehr, sehr gerne gespielt und sehr viel vor allem. Da muss ich aber sagen, war das Starterfeld natürlich so übersichtlich, aus sechs Fahrzeugen, glaube ich, bestehend, dass du da natürlich keine Probleme hattest mit, ja, überhol jetzt mal fünf Autos innerhalb von, keine Ahnung, zehn Runden oder so. So, erstmals jetzt die Kurve gut bekommen, mal gucken, was für eine Zwischenzeit bei rauskommt. Das Auto ist beim Rausbeschleunigen schon ein bisschen zickig. Fünfzehntel langsamer. Ich habe Zeit zur K.I. gut gemacht, was will das Spiel von mir? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich da keine Position verloren habe und dass ich sogar zu einem Auto vor mir aufgeholt habe in Kurve 1. Wie unfassbar stabil der einfach bleibt, während ich komplett wegrutsche. Ich habe sogar früher gebremst als der Nissan. Ich kam zwar einigermaßen um die Kurve, aber nicht beim Ansatz so stabil. Es sollte schon einen Modus geben, wo die K.I. auch mal ohne Fahrhilfen fährt. Fände ich super. Wenn ich zu all das, was das Ding auch icke. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich verstehe aber trotzdem nicht ganz, warum ich hier so viel langsamer werde pro Runde. Ich glaube, die letzten paar Runden gehören sogar mit zu den besten Runden, die ich eigentlich gefahren bin. Aber irgendwie scheinbar nicht. Spiel sagt nein. Oh, aus dem Spiegel weg. Ja, um ein bisschen mehr Tops mitzubekommen. Wenn ich so weitermache, kriege ich den Typen auf der Geraden auf jeden Fall. Ich meinte zwar nicht die, aber da habe ich jetzt auch nichts gegen. Alter, wir haben uns verhakt. Ich konnte einfach nicht weg von dem. Musste richtig vehement lenken, damit wir da auseinander kommen. Musste richtig vehement lenken. Ja, Leute. GG. Das wird der sechste Platz. Also, vielmehr war hier wirklich nicht drin. Die erste Kurve kann man mit ABS sehr gut anbremsen. Bin ich mir sehr sicher. Aber ohne ABS mit diesem Auto kann man, glaube ich, knicken. Vielleicht sollte ich die Pfeifen auch so anpassen, wie sie auch in echt sind. Aber... Okay, gut. Das wird doch nicht der sechste Platz. Ja, der zehnte ist es am Ende geworden. Ja, gut. Kam da am Ende nochmal ein bisschen unerwartet. Ja, die Bestzeit hätte theoretisch sogar für den vierten Platz gereicht. Ja, aber irgendwie... Keine Ahnung. Manche Sachen verstehe ich echt nicht. So, speichern wir mal ganz kurz das Replay. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns nochmal unsere Preisgelder an. Ansonsten... Ja, weiß nicht. Also, die nächste Folge, Forza, könnte vielleicht sogar die letzte sein. Ähm... Weil... Ich weiß nicht. Es ist halt wirklich so, ich mache selbst ja Fehler. Oh, Mass sogar. In dieser... Also, in diesem Let's Play mache ich echt viele, viele Fehler. Das... Sehe ich absolut ein. Das sehe ich auch absolut genauso. Aber... Das Ding ist halt natürlich auch... Ich bin nicht der Einzige, der Fehler macht. Die KI ist einfach echt Banane. Du kannst kein... Also, selbst wenn ich mich komplett fair verhalten würde, du kannst gegen diese KI kein Racing betreiben. Und das ist echt ein K.O.-Kriterium für mich bei einem Rennspiel. Und da muss ich ehrlich sagen, so sehr ich Forza mag, da gibt es einige andere Games. Also, wirklich viele, viele andere Games sogar. Ähm... Die mir dieses Gefühl, ein Rennen zu fahren, viel besser vermitteln. Also... Weiß nicht. Da muss ich auf jeden Fall mal überlegen, was sonst kommt. Ähm... Aber... Ja, ich hatte ja sowieso ein bisschen was überlegt. Vielleicht mache ich dann demnächst nochmal ein Infovideo zu, wie das Ganze ausschaut mit den Let's Plays. Bei Rennspielen, ähm... Forza... Gucken wir auf jeden Fall, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Wahrscheinlich jetzt beim nächsten Mal, zumindest fürs Erste, die letzte Folge. Und, äh... Ja, an der Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und nächstes Mal geht's zum Finale dieses, äh... Cups zumindest. Und vielleicht auch, naja, für den Moment zumindest erstmal, für dieses Let's Play. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Und... ... ... ... ... ...